Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit von Tobel. Wir sprechen jetzt kurz nach der Bundestagswahl und daraus gingen die Grünen als drittstärkste Kraft heraus. Was das für Nordex bedeutet, den Windkraftanlagenbauer, darüber spreche ich jetzt mit David Hartmann von von Tobel. Herr Hartmann, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Bevor wir über Nordex sprechen, lassen Sie uns mal auf den Gesamtmarkt schauen. Klimaschutz war jetzt ein sehr großes Thema im Wahlkampf. Welche Unternehmen würden denn von einem größeren Klimaschutz profitieren? Ja gut, profitieren werden natürlich alle Unternehmen über die diversen Sektoren hinweg, die der neuen Bundesregierung dabei helfen, ihre Klimaziele, die sie ausrufen, wird zu erreichen. Am offensichtlichsten sind dann natürlich die alternativen Energien wie Windparkhersteller wie Vestas oder Nordex, aber auch andere Sektoren wie zum Beispiel Automobilhersteller, die sich dann zukünftig verstärkt mit alternativen Antriebsformen beschäftigen werden, wie es zum Beispiel Volkswagen tun will, werden natürlich hiervon profitieren. Nordex stellt als Bauer für Windkraftanlagen jetzt Zweichen für sauberere Energie. Die haben ja auch in diesem Jahr viele Großaufträge an Land gezogen. Wird es jetzt so aussehen, dass Nordex sich bald für Aufträgen gar nicht mehr retten kann? Ja gut, die Auftragslage bei Nordex, das war in den vergangenen Wochen eh kam das Problem, denn die Auftragsbücher, die sind schon seit mehreren Monaten gut gefüllt. Es hakt derzeit so ein bisschen an den Margen, da muss man noch ein bisschen dran schrauben, aber selbstverständlich ist es so, dass eine neue Bundesregierung, die dann noch stärker auf alternative Energien setzen wird, natürlich die Chance auf neue Aufträge für Nordex natürlich steigern wird. Wie können Anleger denn jetzt von Nordex profitieren? Ja, zum einen geht es natürlich über das Direktinvestment in die Aktie. Wenn sie natürlich eine risikorenditeoptimierte Version suchen, um in die Nordex-Aktie zu investieren, da eignen sich strukturierte Anlageprodukte wie zum Beispiel Aktienanleihen mit Barriere. Was macht eine Aktienanleihe so attraktiv und wie funktioniert diese Barriere? Ja, der Vorteil, den sie über das Produkt haben, ist eben, dass sie auch im Seitwärtsmarkt eine positive Rendite erzielen können, da der Coupon, der bei dem Produkt 12,5 Prozent per anno beträgt, eben unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie ist. Die Barriere, die liegt derzeit bei 80 Prozent, weil das Produkt in Zeichnung ist. Die Konditionen werden am Zeichnungsende, am 11.10., also das ist der Montag in zwei Wochen, endgültig festgelegt, da steht dann auch die absolute Höhe der Barriere fest. Sollte die während der Laufzeit eben nicht unterschritten werden, dann ist auch die volle Rückzahlung des Nominals garantiert. Gibt es auch Risiken bei dem Produkt oder etwas, was Anleger unbedingt beachten sollten? Ja, auch ähnlich wie beim Investment in die Aktie direkt tragen sie natürlich über das Produkt auch ein Marktrisiko. Wenn die Barriere eben während der Laufzeit unterschritten wird, dann haben sie eben die Situation, dass sie bis zum Laufzeitende, das Produkt lauft ca. ein Jahr bis zum 16.09. kommenden Jahres, dann muss sich eben bis dahin zum finalen Bewertungstag der Kurs der Nordec-Aktie eben erholt haben, sonst droht ein negatives Investitionsergebnis. Und wenn Anleger jetzt sagen, das Produkt finde ich total spannend, wo können sie mehr darüber erfahren oder es auch zeichnen? Ja, das Produkt, das können Sie eben bis zum 11.10. wie üblich über Ihre Hausbank oder über Ihren Broker zeichnen. Danach geht es in die Sekundärmarktphase, das heißt ab dem 13.10. können Sie es auch hier an der Börse zwischen 8 und 22 Uhr handelstäglich erwerben. Wenn Sie mehr Informationen zu dem Produkt haben wollen, dann schauen Sie am besten mal bei uns auf der Homepage vorbei, das ist zertifikate.tvon.com, da werden wir auch dieses Interview hochladen und eine Verlinkung zu dem entsprechenden Produkt für Sie bereitstellen. David Hartmann, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe der Anlageidee mit Fontobel, die war heute Nordex. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.